Wissen Sie ganz genau, welche Ihrer Werbekampagnen profitabel sind und welche Sie bares Geld kosten? Wenn nicht, dann gehören Sie zu den über 95% der Internetunternehmer, die die wichtigsten Zahlen Ihres Geschäfts nicht kennen und Ihr hartverdientes Geld unnötig verschwenden. Aber zum Glück gibt es jetzt AdTracker. AdTracker misst alle Trafficquellen Ihrer Webseite in Echtzeit. Egal ob kostenpflichtige Anzeigen, Gratis-Traffic und ebenso Partnerprogramme, Keywords, Autoresponder und sogar Offline-Werbung. Und zeigt Ihnen alle wichtigen Daten über Ihre Besucher, Anmeldungen, Verkäufe und Ihre Umsätze und Gewinne. Übersichtlich an einem Ort. So können Sie jederzeit unprofitable Werbekampagnen streichen und profitable Kampagnen optimieren. Dadurch senken Sie Ihre Ausgaben, erhöhen Ihre Umsätze und maximieren gleichzeitig Ihre Gewinne. Schnell, einfach und sicher. Erstellen Sie deshalb jetzt komplett ohne Risiko und ohne Installation Ihren Account und testen Sie AdTracker jetzt. Ich bin auf die Tröhnung von der Tröhnung. Vielen Dank.